Die Sendung wurde live untertitelt. 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 Ja? Ja? Der Stellvertreter rückt nach. Ganz normal. Na ja, du solltest da vielleicht noch ein paar Bedenken aus dem Weg räumen. Die Sendung wurde live untertitelt. Ja, 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 der hat's mit dem Umweltschutz. Aber das kann man mir doch nicht anlassen. Ich kann dir nur anraten, knüpfte den Bengel mal vor. Du weißt doch, wie das ist, fällt alles auf die Lehre zurück. Sofort heißt's, was ist bei dem mit der Diszipline, mit der Bewusstseinsbildung? Mein Gott, bauschen die das gleich auf. Die Genossen bauschen überhaupt nicht auf. Umweltschutz. Es entsteckt da viel mehr dahinter. Opposition, politische Aufsässigkeit. So was darf man gar nicht erst einreißen lassen. Und beim ersten Mai war auch nur die Hälfte deiner Klasse da. Ich kann die Schüler nicht zwingen. Ja. Für deine Beurteilung wär's aber gut, wenn alle da wären. Sag mal, diese Gorns, haben die eigentlich Westkontakte, Verwandtschaft oder so? Möglich, weiß ich nicht. Adi, das solltest du aber wissen. Frag dich mal, warum die Eltern ihrem Sohn gestatten mit solch einem affigen Hemd rumzurennen. Doch dazu beim Appell. Der Fetzen, der stammt doch bestimmt von drüben. Vielleicht auch aus dem Intershop. Wir sollten so was eben nicht in die Schaufenster hängen. Das ist doch Unsinn. Die Intershops, die bringen Devisen genauso wie der Westmann auf den Deponien. Das solltest du mal dialektisch sehen. Rudi, die Dialektik machen wir unseren Schülern klar. Intershops, Interhotels, exquisit, delikat. Lauter Schaufenster des Kapitalismus. Vielleicht wecken wir damit nur den Appetit, den wir nicht stillen können. Vielleicht machen wir da einen Fehler. Einen Fehler von wem? Genosse Wendler von der Partei? Glaubst du, du bist klüger als die Genossen MZK? Das hab ich doch damit nicht gemeint. Die Generallinie stimmt natürlich. Weiter oben hat man mehr Draufsicht. Ist doch klar. Das meine ich ja. Frau Lein. Ich hätte mir einen Kaffee. Kaffee gibt's heute nicht. Deine Club Cola. Frau Lein. Ihre Kollegin hat aber gerade einen Kaffee serviert. Wir hatten heute Morgen in der Küche einen Rohrbruch. Die Kaffeemaschine ist am anderen Ende der Küche. Ich lauf doch nicht den ganzen Tag mit nassen Füßen durchs Lokal. Frau Lein. Ihre Kollegin, die da eben den Kaffee serviert hat, keine nassen Schuhe. Na gut. Ein Kaffee. Mit Milch und Zucker. Und schreit mal. Ah, ich schreib nie so gern. Ach, versuch's mal. Wir gucken dann immer mal ein bisschen rüber, ja? Okay. Oh, jetzt hat's nicht schmutzig gemacht. Na ja, ist erfärblich Zement. Morgen krieg ich noch zwei Sack. Von wem denn? Von Lehmann. Sein Junge geht doch immer in meine Klasse. Kids hab ich auch aufgetrieben. Dass er noch um jeden direkt betteln muss. Komm, geessen. Hoff ich hatte noch mal auf. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm. Wie ist es dich? Du, Tommy hat Zeugnis bekommen. Kannst du dir ja mal angucken. Staatsbürger konnte ungenügend. Mein Gott, warum schreibt der Junge seine Aufsätze nicht zu, wie Wendler sie lesen will? Warum macht er sich das Leben schwer? Soll er Leitartikel abschreiben? Es gibt schon genug Papageien. Ja, aber die kommen weiter. Die machen ihren Weg. Jetzt zeig mir her. Mathe sehr gut. Physik gut. Chemie gut. Damit machst du auch deinen Weg auf der Technischen Hochschule. Und was ist mit dem Sommerlager? Ähm, tja. Schreibst du mir eine Entschuldigung? Ich schreib da eine. Nein, Tommy. Du fährst da hin. Wie alle anderen. Stärke ihm nicht noch den Rücken. Er muss endlich begreifen, dass er sich einordnen muss. Muss ich doch auch bei mir in der Sparkasse. Muss jeder. Das Gelände roten, Kräffe klappen. Hat er eben keinen Bock drauf. Kann ich ihm nachfühlen. Dem Rohnacker aus meiner Abteilung haben sie die Ausreise bewilligt. Ja. Wie kommst du denn jetzt darauf? Nächste Woche geht er rüber. Mit Familie. Ja. Wenn er mal Arbeit findet drüben. Die hat er schon. 200-Mann-Betrieb. Betriebselektriker wie ich. Wenn die mich auch gebrauchen können, sollten wir den gleichen Weg gehen. Aus Borauweg? In Festen? Erwin, das kannst du nicht allein entscheiden. Im Betrieb stehe ich im dritten Glied, weil ich nicht zu jeder Versammlung renne. Tommy darf nur studieren, wenn der Soldat auf Zeit wird. Hanna, ich hab satt. Und wenn am Ende die Ablehnung steht? Das Spießrutenlaufen, das dann anfängt. Mein Erwin. Schlag dir das aus dem Kopf. Was ist jetzt mit nem Sommerlager? Vielleicht besser fährst du mit. Die 14 Tage, die vergehen doch schnell. Maria, ich rück nach. Hast du was Offizielles? Nein, nein. Noch ganz inoffiziell. Siebert hast du mir gesagt. Unter Kollegen. Na, dann warte mal lieber ab. Ich trau den Siebert nicht. Uli ist in Ordnung nur. Ich hab's ein paar Hohlen aufgetaucht gegen die Mülldeponie. Da hast du doch nichts mit zu tun. Ein paar von meinen Schülern haben den in die Wand gepinselt. Vorne riecht der Gorn, der Dussel. Der fliegt nochmal von der Schule, wenn er so weitermacht. Geht doch mal mit seinen Eltern. Na, den Fall hat schon die Partei auf dem Tisch. Womöglich die Sicherheit. Da häng ich mich nicht rein. Na, gerade jetzt. Ist nicht so schnell. Nachher steht's dir wieder vorm Magen. In der Kreisleitung scheint's Bedenken zu geben. Du warst sein Stellvertreter, da wirst du auch sein Nachfolger. Hm. Nicht scharf genug, der Wendler. Zu weich. 25 Jahre Schuldienst. Parteileitung, Kampfgruppe. Immer zur Stelle, wenn ich gebraucht wurde. Das kann man nicht einfach wegwischen. Du wirst bestimmt sein Nachfolger. Das hab ich vom Reisebüro. Alaton ist perfekt. Ungarn. Ja, aber eigentlich wollte ich erst mit dem Anbau fertig werden. Ach, Adi, fang nicht wieder so an. Deine ewige Bauerei. Seit Jahren machen wir keinen richtigen Urlaub mehr. Du hast es mir versprochen. Erinnerst du dich nicht mehr? Doch. Wenn du unbedingt mit dem Anbau fertig werden willst, dann verzichte doch auf Sommerlager. Nee, ich werd mich hüten. Sommerlager ist Pflicht, fahr ich doch jedes Jahr hin. Mhm. Weil's dir Spaß macht. Es gibt auch Pflichten, die Spaß machen. So. Klebe ich jetzt eine Stunde hin. Und dann muss ich mich um Kies kümmern. Wir brauchen nur Kies. Die Spanienzimmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus. Und der Morgen grüßt schon aus der Ferne bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Spanienzimmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus. Und der Morgen grüßt schon aus der Ferne. Stieflieger! Weiter. Doch wir sind bereit, wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit! Den Faschisten werden wir nicht weichen. Hopp, hopp, hopp! Tempo, 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 Tempo! Los, 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 los! Die Maske vor das Gesicht! Los, Tempo, die Schwappmacher! Hopp, 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 hopp! Guckp, hopp, hopp, hopp! Guckp, hopp, hopp! Guckp, hopp! Guckp, hopp! Guckp! Sporn, Whaber ist denn, passt dir was nicht? Nee. Herbse mit Bauchspeck aus der Gulasch-Kanode. Nach dem Krieg war das für uns viel Gänsebraten. Aber ihr habt ja eben nie gehungert. Also, Männer, nach dem Essen Waffenkunde. 16 Uhr Sport, 18 Uhr Putz- und Flickstunde, 19 Uhr Abmarsch ins Kino. Ach so, ja, zwei Mann für die Nachtwache. Wer meldet sich freiwillig? Ja, jemand ist ja klar. Wer noch? Gorn. Bisschen Gorn. Passt dir was nicht? Der nennt's lustlos, wie? Aber nicht bei mir. Mach aus! Du sollst ausmachen! Parole? Oktobersturm. Sag mal, von welcher Gruppe seid ihr eigentlich? Wendler. Aha. Genosse Wendler, Ihre Jungs hören da hinten Westradio. Und da nehmen Sie bitte was. Was nennst du Wache? Oh, die Luchsenbohle. Na, da hast du ja mal wieder was geleistet. Wachvergehen und Feindsender hören. Und auf jeden Fall zurück auf deinen Klassenlehrer. Nach der Wache schreibst du deine Gedanken nieder. Das Thema, die politisch-ideologische Diversion des Gegners unter besonderer Berücksichtigung seiner Rundfunksendungen. Auch der musikalischen. Morgen früh liegst du bei mir am Tisch, verstand? Halt mal, was ist denn mit dir los? Ich hau ab. Bist du verrückt? Du kriegst Ärger. Ist mir egal, mir reicht's. Dir ist doch klar, eigentlich muss ich dich aufhalten. Du hast nichts gesehen. Bitte, komm. Tschüss und viel Spargel. Tommi, was machst du denn hier? Du müsstest doch im Lager sein. Ich hab die Schnauze voll. Einfacher gelaufen. Tommi, du machst es immer schlimmer. Der Wendler hat mich auf den Kicker. Was soll ich machen? Ich hab keinen Bock mehr. Ach, das gibt bestimmt ein Nachspiel. Er muss wieder zurückfahren. Nein, er bleibt hier. Du scheinst nicht zu wissen, wie so etwas vor sich geht. Der reuge Sünder vor versammelter Mannschaft auf dem Appellplatz. Ich kenn den Wendler aus der Armee, das ist ein ganz schlimmer Finger. Ich versteh dich nicht. Wie kannst du ihn noch unterstützen? Oder ist er seine Zukunft egal? Welche Zukunft hat er hier denn noch? Ob Ronecker für mich drüben was findet oder nicht? Wir beantragen die Ausreise. Erwin, mach keinen Fehler. Ich find das nicht richtig. Andere leben doch auch hier und kommen zurecht. Morgen hol ich mir einen Antrag. Komm doch endlich. Wir haben Urlaub. Ist wieder ein Theater mit dem Kies? Die werden den Kies schon richtig hinschütten. Haben wir alles? Was soll denn fehlen? Bademäntel, Propan-Gas-Flasche. Tausend wieder? Ja. Reisefässe? Geld? Ja. Siebert. Grüß' euch. Geht's in Urlaub? Tag, eigentlich sind wir schon weg. Tag. Uli. Da hab ich ja Glück, Atti, dass ich euch noch erwische. Es handelt sich nochmal um deinen Schüler Gorn. Ja, was ist denn mit dem schon wieder? Geht's doch um das aus dem Sommerlager getürmt ist. Nicht nur darum. Die Gorns haben die Ausreise beantragt. Das ist ja ein Ding. Ja, es häuft sich neuerdings. Ob diese Verrückten glauben, dass sie dein Schlaraffenland erwartet? Also in kurz und gut, die Ausreise von Gorn, die wird natürlich abgelehnt. Trotzdem erwartet die Sicherheit einen Bericht von dir. Wieso denn von dir? Ja, frage ich mich auch. Warum gerade von mir? Du brauchst doch bloß die politischen Schwierigkeiten schildern, die der Bengel in der Klasse macht. Der muss von der Schule, sonst steckt er doch die anderen noch an. Ich glaube, diese Empfehlung erwartet man von dir. Ach, das ist ja nicht bis nah an Ferienzeigen. Nein, das brauche ich jetzt. Die Kreisleitung wartet. Rudi? Ja? Rudi? Sag mal, in der Frage meines Nachfolgers sind da die Würfel schon gefallen? Adi, ich brauche den Bericht von dir. Ich würde das nicht machen, Adi. Hast ja gehört, Siebert, besteht darauf. Ich traue dem nicht. Wer verwickelt sich damit in Geschichten? Ich berichte nur Fakten. Verwickelt haben sich die Gorns. Da sind sie selber schuld. Mensch, Adi! Ich gebe mein Bestes, aber ich kann es nicht eben recht machen. Geht's voran? Ja, ja, ich bin gleich soweit. Wohin soll's denn überhaupt gehen? Alasson. Weißt du doch, Ungarn. Sehr schön. Schardas-Hürstin. Paprika. Wunderbar, da war ich schon mal. Rudi? Ja. Was ist denn nun mit der Nachfolge? Was sagt die Partei dazu? Rückt nicht nach? Naja, weißt du, als Nachfolger wird erst mal kommissarisch Genosse Ruppert eingesetzt. Kommissarisch? Ja, was weiß ich. Mach ich die Kaderpolitik? Aber du bleibst ja Stellvertreter. Du kannst dich auf mich verlassen. Also, tschüss, macht's gut, erholt euch schön, kommt gesund zurück. Bei Kapolnatschnitschki, oder Kotschki, müssen wir rechts ab. Ist der so still? Jetzt haben wir ihn. Hier geht der Knas mit der Schule nicht aus dem Kopf. Ich frage mich nur, was haben wir gegen mich? Ich kann doch nicht nur an dem Gorn liegen. Jetzt haben wir Urlaub. Vergiss es. Soll ich uns Musik machen? Und haben sich dann spontan entschlossen, als Sie... Ich habe alle stehen und liegen lassen. Schau das mal. Weil, wenn der Mensch an den Grenzen ankommt, wo es nicht weitergeht, dann muss man halt alles liegen lassen. Haben Sie schon Vorstellungen über das, was Sie in der Bundesrepublik tun wollen? Das sag ich dir. Das werde ich sehen, was da gibt. Meine Vorstellung ist, erst mal arbeiten... Jetzt werden Sie ganz schön schwitzen, die Genossen, die Politbüro. Wenn ich was zu sagen hätte, ich... Vergiss nicht, bei Kapolnatschnitsch... Dingsbums müssen wir rechts ab. Komm los, rüber, schnicken. Schleber, kommst du klar? Anna! Anna! Wir sollten es genauso machen. Ich denke ja nicht dran. Du siehst doch, was da los ist. Vielleicht käme man raus. Nee, Erwin. Mit mir nicht. So nicht. Illegal gehen wir nicht weg. Entweder legal oder gar nicht. Und wenn Sie den Antrag ablehnen, dann bleiben wir hier. Ist schon richtig. Das Risiko wäre zu groß. Irgendwas muss ich ja bald ändern. Na ja! Ich gehe es auch in die Schuhe. Gut, wir essen mal. Nein! Das war's für heute. Der DDR-Flüchtlingsstrom, der seit heute Nuller über die ungarisch-österreichische Grenze rollt, das ist das Hauptthema im heutigen Mittagsjournal zu übersehen. Seit Mitternacht rollt durch Österreich eine Flüchtlingswelle. Ungarn hat die Grenzen für die DDR-Bürger geöffnet. Tausende Menschen strömen über Österreich in die Bundesrepublik Deutschland. Nach jüngsten Informationen rechnet die Regierung in London mit, dass in diesem Jahr 80.000 DDR-Bürger mit offizieller Ausreisegenehmigung der Ostberliner Behörden in die Bundesrepublik Deutschland übersiedeln. In den ersten Stunden der heutigen Ausreisewelle seit Mitternacht sind etwa 5.000 Personen in den Westen gekommen. In Passaut haben bereits etwa 2.000 DDR-Bürger ein. Die Ausreisewelle begann kurz nach Mitternacht. Zu diesem Zeitpunkt setzte sich mit Hufkonzerten und Freudenhufen eine lange Autokolonne und Menschenbeginn. Seit 0 Uhr rollt sie also die lang erwartete Ausreisewelle der DDR-Flüchtlinge aus Ungarn über Österreich in die Bundesrepublik. 33 Jahre nach dem Ungarn-Aufstand und 21 Jahre nach der JSSR-Krise. Alles gut? Musik Maria? Was ist denn? Die Ungar machen ihre Grenze nach Österreich auf. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich's dir sage, eben kam's im Radio durch. Hier, guck doch mal. Die ersten packen schon. Auf so'n Gerücht hin? Wenn's kein Gerücht ist, die wollen rüber. Hier setzt sich eine Völkerwanderung in Bewegung. So, halt's immer kurz. Die wollen einfach raus. Ich kann's verstehen. Zieh dir mal deine Badehosen aus. Du holst dir noch was an hier. Hinter Österreich liegt Bayern. Ja, und? Ludwig wurde in Bayern. Du willst doch nicht etwa auch? Man könnte ja mal hinfahren. Besuchsweise so, ob du Stippel siehst. Der bleibt stehen und wir schauen's mal so zwei, drei Tage im Westen an. Und wenn das rauskommt? Ja, wie soll das rauskommen? Jetzt essen wir erst mal. Dann fahren wir. Und du hast manchmal Ideen? Kehr um, Adi. Wieso? Na ja, wenn die die Grenze jede Minute wieder dicht machen, dann sitzen wir drin. Da bist du im Borau erledigt. Ach, bin ich auch so. Ach, wieso? Du wirst doch der Nachfolger von Siebein. Das hat damit gar nichts zu tun. Das sitzt viel tiefer. Irgendwann ist mal der Punkt erreicht. Also früher hast du immer gesagt? Dann hör auf damit, was ich früher gesagt habe. Adi, kehre wieder um. Ja, wieder. Ich kann doch hier nicht wenden. Stille Freude und Ausgelassenheit. DDR-Flüchtlinge um Mitternacht an der österreichisch-ungarischen Grenze. Sie haben es geschafft. Sie feiern ihren Grenzübertritt in den Westen. Nur wenige verweilen in Österreich. Die meisten starten durch zur nächsten Grenze in die Bundesrepublik. Super. Ganz super. Ich halte es nicht mehr aus. Das ist zu viel. Nee, nee, lass mal. Ich will das sehen. Warum sind wir nicht auf? Wenn man durch dieses Loch kann den Bauch schlüpfen, dann hätten wir es hinter uns. Hör auf. Jetzt muss ich doch hier auch was ändern. Ja, die werden noch scharfer. Ach, wie? Mach Fenster hoch. Das gibt es doch nicht. Das war Wendler. Das darf doch nicht wahr sein. Ich sitze hier und dieser Apparatschick reißt aus. Ach, ihr habt euch getäuscht. Das war nicht Wendler. Nie und nimmer. Nein, das war er. Er ist bloß gleich abgetaucht, die feige Sau. Der scheißt uns an und reißt dann selber aus. Entweder legal oder gar nicht. Der lacht sich tot, Anna. Das darf nicht wahr sein. Ich werde noch mal irre in diesem Land. Ich hätte nie gedacht, dass der Ludwig in der schönsten Ecke Bayerns wohnt. Sag doch mal was, findest du nicht auch schön? Ja, schon. Aber? Der Ludwig, der kennt dich doch gar nicht mehr. Der wird sich wundern. Ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Wenn keiner zu Hause ist. Du hättest telefonieren sollen. Man kann ja nicht so überraschend kommen. Natürlich kann man da unten nicht. Ja, muss mal Blumen. Ja, da wohnt er. Katna. Ja. Ja, wollen Sie was? Ja. Wir möchten gern zu Herrn Katna. Sind wir da richtig? Und was wollen Sie von dem? Ludwig? Ja. Ich bin's. Der Adolf aus Borau. Adolf und Maria aus Borau. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Rosi, komm schnell! Der Adi aus Borau. Ja, mein, wie geht's dir denn heute hin? Herr Ludwig. Grüß dich. Herr Ludwig. Und das ist deine Frau. Das ist die Maria. Das ist die Maria. Darin. Grüß dich Gott. Ja, was ist denn? Jetzt schau, wer da ist. Was glaubst du, wer das ist? Das ist mein Neffe, der Wendler, Adolf. Und das ist seine Frau aus Borau. Die Borauers. Sowas. Adolf. Ja, Adi. Und das ist die Maria. Und das ist deine Frau? Ja, grüß Gott. Seid ihr direkt über Ungarn rein? Ja, gestern Abend. Einmalig. Dann werden wir jetzt gleich einen Koffer holen. Weißt du, es ist ja hier eine sichere Gegend, aber man weiß nicht, ne? Nein, das ist nicht nötig. Wir haben nur eine Tasche mit. Können wir nachher machen. Was? Nur eine Tasche mehr, ne? Aber Ludwig, die mussten sich doch tarnen. Ja, meinst du, die wären durchgekommen mit ihren ganzen Sachen? Die ganzen Flüchtlinge jetzt, die haben alle nicht viel dabei. Das wäre doch aufgefallen. Na ja, das ging alles ziemlich schnell. Ja, dann kommst du doch mal herein. Einmalig. Ach, das ist doch eine Überraschung. Adi, du musst ihnen aber sagen, dass wir nicht so lange bleiben, nur einen Tag. Na ja, doch später. Vielleicht bleiben wir auch einen Tag länger. Schönes Haus hast du, Ludwig. Also, wenn es das alles bei uns in Boau geben würde, so hätte ich auch gebaut. Hoffentlich haben die den Kies richtig abgeladen. Sagen wir mal. Wann haben wir uns eigentlich zum letzten Mal gesehen? Warte mal. Das muss doch gewesen sein. April 61, nein, Sommer. Jedenfalls kurz vor der Mauer. Ja, in der Ewigkeit her, dann ging's nicht mehr, leider. Ja, in den letzten Jahren habt ihr überhaupt nicht mehr geschrieben. Wir haben schon gedacht, die Adresse stimmt nicht. 61. Bestkontakte waren unerwünscht. Auch für Lehrer. 70? Und dann mal 10 ist da. Diese Bevormundung kann man sich gar nicht vorstellen. Schmeckt's euch denn? Prima, Rosi, prima. Sag mal, Ludwig, bist du immer noch Chef vom Fremdenverkehrsamt? 28 Jahre war das. Was? Ach nein, ich bin schon längst Pensionist. Aber glaub bloß nicht, dass er jetzt immer daheim ist. Sitzungen beim Stadtrat, Gesangsverein, er ist jetzt öfters weg als früher. Na ja, richtig, Ludwig, immer aktiv bleiben. Wer rastet, rostet. Na ja, ich zeig mir mal von euch. Es muss ja irgendwie weitergehen. Also, das Flüchtlingslager, das könnt ihr euch sparen, das krieg ich schon hin. Muss ja nicht sein, ne? Oder habt ihr schon feste Vorstellungen? Na, ich meine, ihr braucht euch nicht genieren. Wenn ihr was braucht, braucht ihr noch kommen, wir helfen euch schon. Ne, gibt's ein Missverständnis, wir sind keine Flüchtlinge. Ja, Moment. Seid ihr nicht erst gestern spät nachts über Ungarn herein gekommen? Schon, aber... Was heißt ja schon? Ihr bleibt doch. Na ja, das weiß ich noch nicht. Was heißt, das weiß ich nicht? Willst du einen Moment zurück zu den Kommunisten? Oder bist du selber einer? Ich? Oh, Ludwig, wie kommst denn da auf? Das ist euer Zimmer. Das war früher unser Kinderzimmer. Jetzt schlafen die Enkel hier, wenn sie zu Besuch sind. Es ist ein bisschen eng, aber ich denke, es wird schon gehen. Das Klappfeld ist hinter der Tür, das könnt ihr euch dann aufbauen. Also, Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaft's gut. Träumt was Schönes? Danke. Ja. Das Klo ist die erste Tür rechts. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bisschen kurz, die Betten, ne? Aber unsere waren weicher. Wieso waren? Amts? Wir können nicht so lange bleiben. Ich hab nicht mal was Richtiges anzuziehen. Sehr, ja, warum? Wir haben dein Rasierapparat auch nicht mit. Wieso? Weil du so eilig hattest. Na, baut mir Ludwig eben sein. Pssst, sei doch nicht so laut, die brauchen Ruhe da droben. Sag mal, findest du das richtig, dass du denen gleich alles erzählen musst? Vom Boot und Haus am Schliersee? Also, ich find's peinlich. Aber wenigstens ein bisschen weniger Lärm, damit die da umschlafen können. Eins will ich dir sagen. Dein Schwimbsparger, der wird uns noch teuer kommen. Ja, nehm ich ein saftiges Programm vor sich. Morgen machen wir einen Einkaufsbummel und am Sonntag führe ich den Adi dem Stammtisch vor. Dann haben die auch was zum Strahlen. Grüß euch. Grüß euch gut. Grüß euch gut. Ich bin die besten Weißwäsche. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Gartner. Grüß Gott. Grüß Sie Gott. Herr Gartner. Das hier ist mein Neffe und seine Frau. Die sind erst gestern Nacht über Ungarn rausgehoben. Ja, sag. Das ist ja einmalig. Ja, einmalig. Einmalig. Grüß Gott. 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 Hier singt der Ludwig immer im Chor. Ach, im Kirchenchor bist du Ludwig? Ja, Dennis Club, Kegelfarein, Gesangsverein. In einem von denen muss man dabei sein. Ich bin in den neuen Teilen vorbei. Sag einmal, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, hast du eine sehr schöne Stimme. Wir brauchen nämlich einen Sangesbruder. Oh, Herr Ludwig, wie lange hast du eine Übung? Ja, das gibt's nicht. Bissl üben, der Geist wieder da. Grüß dich, Schorsch. Das war der Bürgermeister. Ein Freund von Ludwig. Ja, das hat Qualität. Der hält mich fast weg. Sag mal, Marianne. Weißt du eigentlich, was so ein Stübingrad hier in Bayern verdient? Interessiert mich nicht. So um die 3.000, hat es sich gedacht. Und die Mieten und die Preise? Oh, musst du relativ sehen. Club. Ah, Rosi. Die hab ich noch im Keller gefunden. Dann brafst du dich immer in die Küche runter, wenn ihr euch mal einen Kaffee machen wollt. Aber es ist doch nicht nötig für die paar Tage. Wieso für ein paar Tage? Naja, wie Maria meint, dass wir euch vielleicht zur Last fallen, nicht? Aber, Maria, wie kommst du denn da drauf? Der Ludwig hat sich unheimlich gefreut. Das geht schon klar. Und jetzt essen wir dann gleich. Ja? Danke, Rosi. Maria. Du musst ihnen endlich sagen, dass wir nicht so lange bleiben. Ich meine, wir sollten uns noch eines offen halten. Zurück können wir immer noch. Die Grenze nach Ungarn ist noch nicht geschlossen. Ludwig? Ja? Du, ich glaub, mit der Adi Stammtischau am Sonntag, das wird nix. Was wird nix? Verstehen Sie nicht? Die Maria will wieder zurück. Ach. Gefällt sie nicht bei uns? Das glaub ich nicht. Aber weißt, an Ihrer Stelle tät ich auch nicht alles aufgeben. Was wollt Sie denn aufgeben? Sie haben ja doch nix. Steht denn was in der Zeitung über Ungarn? Zu Tausenden kommen's rüber. Täglich werden's mehr. Ein Fluss ohne Ende. Sagt der vom ADAC. Die Mechaniker stehen Kopf. Wenn's nur nicht wieder so wird wie nach dem Krieg mit den Umsiedlern. Damals war unser ganzer Hof voll mit Oberschlesiern. Ich will doch was sagen. Es wird nix lang dauern und der Adi trägt ein Kampfsbad am Hut. Weißbier trinkt man ja schon. Und die Maria, der führst uns ein neues Mikroherd vor. Die bleiben. Meinst? Das meine ich. Wie fährt sich's mit dem Wagen? Also, klasse. Das glaub ich. Super Ludwig. Ludwig, du musst noch deine Tür abschließen. Brauche ich dir nicht. Zentralregelung. Ach so ja, stimmt ja. Sag mal Ludwig, was kostet eigentlich so'n Menzidens bei euch? Oh, oh. Da musst du noch viel arbeiten. Na ja, versteh. Was sind die Schäule da? Trefft ihr euch jeden Sonntag hier? Jeden Sonntag. Weißt du, Attenheim ist wie eine Festung. Ja. Bei uns kannst du machen, was du willst. Wir halten zusammen wie Pech und Schwefel. Da kommt nix durch. Auch wenn du noch so viel anstößt. Du musst halt nur die richtigen Leute kennen. Und deshalb gehen wir jetzt hierher. Ach weißt du, Ludwig? Bei uns? Du musst halt doch eines beachten. In die Kirche musst du schon gehen. Na und dann. Oh. Da kommt der auf den. Musst du acht gehen. Das ist nämlich der Direktor von der Ebenfelder Firma. Na ja, bei uns. Bei uns war's immer die Partei. Ja, ist auch die Partei. Ja, das ist er. Ja, das ist er. Grüß Gott. Guten Tag. Dann gehen wir rein? Ja, hier. Auf der muss doch gehen. Ist ein bissl verwirrend das Ganze. Und jetzt gehen wir rein in die Hebel. Fest. Servus. Servus. Wo kommst du jetzt her? Von der Kirche. Hallo. Ja. So, ich bin jetzt da. Wie geht's. Aufs Neuss. So. Sagen wir's. Morgen. Morgen. Ja. Grüß dich. Grüß dich. Mit dir muss ich noch reden, ja. Also pass auf. Der Kreditfondum nehmt. Verstehste? Da kannst du nicht hinsetzen. Da sitzt so auf Hürgen. Da nimmt er einen Stuhl. Das geht. Da setzt sich Brache hin. Ja. Heißer. Ja, jetzt wollt's ja wahrscheinlich alle wissen, wenn ich euch da mitgebracht hab, ja? Das ist eine ganz wichtige Persönlichkeit, das mein Neffe, der Wender Adi. Ihr habt's wahrscheinlich im Fernsehen gesehen. Der war praktisch der Erste, der aus diesem Unrechtsstaat über Ungarn zu uns geflohen ist. Einmalig! Einmalig! Aber jetzt frag ich euch, ist das nicht furchtbar, dass das so was passieren muss? Gratuliere! Danke! Büchel, Sparkassendirektor. Ich bin schon immer ein Mann der Tat gewesen und hab mir gedacht, dass ich euch zur Begrüßung ein Sparkonto einrichte. Kostenlos. Und 50 Deutsche Mark sind auch schon drauf. Na, ist das was? So, vielen Dank! Ja, und wenn Sie mal was mit den Zehen haben, dann kommen Sie einfach zu mir. Die ersten drei, die machen wir so. Danke! Ja, also, ich danke dir, lieber Ludwig, dass wir jetzt durch dich so viel über das tragische Schicksal von deinem Neffen haben erfahren dürfen. Und vor allen Dingen danke ich dir, dass wir bei dir eine Herberge was finden können, ne? Also, dann Prost miteinander! Prost! 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 Ich glaub, jetzt bricht bei euch bald alles zusammen. Ja, weil die Bolschewisten alles in die eigene Taschen gewirtschaftet haben. Stimmt's? Kennen Sie in dieser Runde eigentlich die sieben Wunder des Sozialismus? Na, da dürfen wir ja alle gespannt sein. Alle haben Arbeit. Das ist das erste Wunder. Ja, mir auch. Mehr als was es manchmal regelt, gell? Das zweite Wunder besteht darin, dass, obwohl alle Arbeit haben, nur 50 Prozent arbeiten. Und obwohl nur 50 Prozent arbeiten, werden alle Pläne erfüllt. Das ist das dritte Wunder. Das vierte ist, obwohl alle Pläne erfüllt werden, gibt's nichts. Dann war das gleich. Und obwohl es nichts gibt, das ist das fünfte Wunder, gehört allen alles. Das sechste Wunder ist, obwohl allen alles gehört, ist jeder unzufrieden. Und das siebte Wunder ist, obwohl alle unzufrieden sind, will keiner weg. Ja! Alles gut, Prost! 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 Soll ich die Kartoffeln jetzt aufsetzen oder sollen wir noch warten? Das ist ja früh schockt. Manchmal versagt der Ludwig ja richtig. Dann steh ich da mit dem Essen. Hast du was? Nö. Hast du Kummer? Nein! Aber irgendwas hast du doch, sag halt. Ich versteh den Adi nicht mehr. So kenn ich ihn gar nicht. Du willst sie daheim gehen? Mhm. Also wenn ihr hierbleiben wollt, dann müsstet ihr das schon beide wollen. Frau Amst und Herr Leon. Wir haben welche Fächer? Deutsch, Geschichte und Biologie. Ja, wir haben gerade einen Krankheitsfall im Kollegium. Ich glaub sogar, dass er vorzeitig in Pension geht. Hätten Sie Interesse? Ja. Also das wird mich schon immer höher reizen. Ja, zunächst allerdings mit einem begrenzten Anstellungsvertrag. 6 Monate zur Probe. Was meinen Sie? Naja, ich würde da so fast zugreifen. Sag mal gern, was kriegt denn so ein Lehrer? Ich meine, ich will es gar nicht wissen. Ich meine, ich kenne seine Steuerklasse nicht, aber so. Um die 4.000 kommen schon zusammen. Ebenwollig. Also, ich meld mich dann bei Ihnen. Grüß dich. Grüß dich, Anna. Ich sag dir, du verstehst ja jetzt, warum wir zum Frühschoppen immer gehen. Ruf. Und morgen gehst du mit zum Chor. Kleiner Widerspruch, ja? Ja, also wer du meinst? Ludwig. Maria, was ist denn los? Lass dich einfach so vom Essen aufstehen und abhauen. Ich fühl mich fremd hier. Und redest denen so zum Munde. Hast du denn kein Stolz? Maria, ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Die Leute heute im Gasthof. Alle wollen sie uns helfen. Ja, aus Mitleid. Aber ich will kein Mitleid. Adi. Maria, das siehst du falsch. Die Leute freuen sich, wenn Deutsche wieder zusammenkommen. Ja, aus Sensationsgier. Weißt du, die, die, die denken doch, wir sind Neandertaler. Und die, wir, wir wissen nicht mal, wie eine Klospülung funktioniert. Das stimmt ja auch. Maria, komm mal her, komm mal her. Ja, wir sind zwar erst ein paar Tage hier im Westen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir mehr können als die. Aber, Adi, wie willst du das dann machen? Wir sind so eine Art Alleskönner. Ich bin zwar Lehrer, aber ich könnte genauso gut auf dem Bau arbeiten oder einen Hasenschlacht noch machen. Ja, komm. Ich weiß übrigens so ziemlich genau, was ein Lehrer jetzt hier verdient. Dr. Grohmann vom Gymnasium hat es mir gesagt. 4.000 Mark, Maria. Ja, dann schreie es mir doch endlich ins Gesicht. Ich, Adolf Wendler, will im Westen bleiben. Dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. Jetzt noch mal reise. Usi. Ich störe ich gerade. Ja, komm. Ich hätte da ein paar Sachen für euch. Die sind fast wie neu. Da hab ich mir gedacht, vielleicht passt euch da was. Schau mal, Maria, da ist ein Dirndl für dich. Und Adi, da ist eine Jacke mit echten Hirschhank. Schön. Oh, danke, Usi. Gefällt mir. Schau mal, es passt. Ich bin kein Dirndl-Typ. Ja, du gefällst mir, Maria. Schön. Naja, vielleicht ist doch noch was Passables dabei. Schaut's halt mal an, gell? Ja, danke, Usi. Ja, bitte. Wenn ich damit nach Borau komme, denken die, ich komme aus dem Zirkus. Weißt du was, Maria? Ja. Wir machen jetzt erstmal einen schönen Spaziergang. Mhm. Schau mal, Maria. Das ist eine Wasserarmsel. Die überlebt nur an gesunden Gewässern. Bei uns werde ich schon nichts ausgestorben. Adi, es gefällt mir nicht, wie du allen zum Munde redest. Hast du keine eigene Meinung? Ich bin wie Fensterkitt. Erst bin ich weich und fass mich an. Dann werde ich hart. Wie Stein. Aber ich bin nicht aus Stein. Ich habe mir in den letzten Tagen immer wieder vorgestellt, wie es wäre, wenn ich hier leben müsste. Ja. Ich liebe dich. Lenk mich ab. Mir gefällt es auch ganz gut hier. Aber es ist einfach nicht in mein Zuhause. Aber sei doch mal ehrlich, Maria. Wir haben dir in den Borau gelehnt. Wie hinter dem Mond. Dann denk doch mal an Siebert. Mich interessiert Siebert nicht. Ich kann mich einfach nicht so schnell umstellen. Alle Jahre vergessen. Weißt du was, Maria? Ich fühle mich hier frei wie ein Vogel. Ich fühle mich wie eine Kreo unter aufgeplusterten Fasanen. So, Kinder. Warten Sie mal einen Augenblick. Ludwig. Wirklich schönen See habt ihr hier. Nicht wahr, Maria? Ja. Ja, die See gefällt mir gut. Und ich, Maria, ich habe eine Überraschung für dich, die dir bestimmt noch besser gefallen wird. Der Herr Riedl vom Fremdverkehrsbüro hat angerufen. Er hat von dir gehört und hat gesagt, wenn du Lust hast, kannst du bei ihm arbeiten. Der Herr Riedlweiß, der ist mein Nachfolger und wir haben noch so miteinander so ein paar. Nein, ist ja wurscht. Jedenfalls, wir haben die ganzen Papiere und da sind schon die Aufnahmeanträge. Was die alles wissen wollen? Tja, mein Lieber, wenn einer dann wollen wir uns schon ein bisschen anschauen, ne? Gut, danke, Ludwig. Danke für's Reisebüro. Bisherige Hauptwohnung, Borau, Beruflehrer, staatliche Auszeichnung, ne, geht dir nichts an, aber ein Strich. Parteizugehörigkeit, oder mach ich auch einen Strich. Das kannst du doch nicht machen. Na, ich denk doch so so, oder was? Für hier versteht doch kein Mensch, welchen Druck wir ausgesetzt waren. Über Religion, da schreibst du katholisch. Aber ich bin doch ausgetreten. Na ja, notgedrungen. Nee, weil du's so wolltest. Schreib ich nicht. Na, Religionslos, das fehlt noch. Dann bist du bei diesen Seppeln gleich unten durch. Muss man denn überall auf der Welt lügen? Na ja, ich schwör dir, wenn die uns erstmal aufgenommen haben, fragt später keinen Aas mehr danach. Glaub mir, ich weiß schon, was für uns richtig ist. Katholisch. Guten Morgen. So. Also Herrschaften, anstelle von Doktor Rosl, der uns ja leider verlassen musste, übernimmt Herr Wendler eure Klasse. Deutsch, Erdkunde und Sozialkunde. Herr Wendler kommt aus dem Osten. Er ist noch neu bei uns. Ich bitte mir also Verständnis, Entgegenkommen und Disziplin aus. Das gilt auch für dich zusammen. Möchten Sie noch ein paar Worte? Ja, für den Anfang nur so viel. Wir werden schon miteinander auskommen. Ich wünsch mir gute Zusammenarbeit. An mir soll's nicht liegen. Gott. Musik Und deine Hand war über mir Und deine Hand war über mir Und deine Hand So, das wär das Objekt Na ja, geht's nur, draus gleich, draus gleich Zuerst war es Wien denn, oder? Tja, aber, falls sie eines Tages wollen, können sie es natürlich auch kaufen Wie gehört's denn? Zur Zeit der Sparkasse Sie wissen ja, wie das so ist Einer übernimmt sich und dann erdrücken ihnen die Schulden Siehste, Adi, die wird uns auch Erstmal ansehen So, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer im ersten Stock Schauen Sie sich nur ruhig um Kommen Sie ruhig weiter Aber passen Sie hier auf Ich sehe schon, Herr Wendler, Sie wissen, dieses Kleino zu schätzen Gut, es ist ja jahrelang nichts gemacht worden Aber wissen Sie, auch bei uns gibt es schwarze Schafe Ich glaube, ich krieg das schon hin Kann ja auch Spaß machen Schau mal, für diesen Ausblick, da kann ich Tag und Nacht arbeiten Ja, wie in Bohrau Aber, Frau Wendler, wir sind ja nicht in Bohrau In dieser Gegend ist jeder Grund Gold wert Ich will raus Auch bei uns war ein Hausbauen Lauf mit unheimlich viel Hindernissen Aber hier in Adnheim soll's ja ein prima Baumarkt geben Auf jeden Fall einmalig, wa? Also, Herr Wendler, überlegen Sie es sich in aller Ruhe Mein Rat kennen Sie ja Und wenn Sie sich entschieden haben, rufen Sie mich an Hey, wir haben ja damals auch alles mit unserer Hände Arbeit aufbauen müssen, ne? Ja, mit nichts haben wir angefangen 46 hatten wir nicht mal ne Dusche Ja, und vor allem keinen Onkel, von dem man weiß, dass er finanziell und auch sonst hinter einem steht Also, auf Wiederschauen, rufen Sie mich an Der kommt ja dann auch, ne? Was willst denn du mit der Ruine? Das kann ich dir genau erklären, Maria Ich will eine neue Heimat für uns schaffen Aber irgendwas riecht hier Das ist Kuhmist Und das ist das Einzige, was mir hier gefällt Ja, das ist gut, Maria, nimm noch was von den Filzspacken Das ist schon toll Ich kann es immer wieder hier sehen Wenn ich die Abu schlägt nicht alles, warte mal Ja, da bin ich schon, oder? Die haben wir gebrauchen Sie haben keinen Wahl Ihnen kann gebrauchen werden Denn jetzt gibt es die Feindliche Schau mal hier Oh ja Das ist ne Gehrungssäge Ah, das ist gut Ich die nehme So, komm, hilf mir So, komm, hilf mir So, komm, hilf mir Hier, warte Wie viel ist denn den Spiegelschrank? Der hängt doch an dein Rad Ah, aber der verschrankte Eierkiste Den nehmen wir Komm Ja, komm, pass auf Ja, komm, pass auf Ah, hier Die Roster Ist die Ihre Wohlen auch gut? Ja, brauche ich dir ein Wer ist immer wie neu Hast du die Arbeit mit? So Und jetzt Ab in die Möbelabteilung Adi, du machst mir Angst Im Fußboden können wir nicht sitzen Wir haben schon genug Schulden Dann suchen Sie doch mal den Besten Mit dem Ich habe die Möbelabteilung Lass uns? Okay, und jetzt Kazuch, das ist gut Herr Wendler Ja, es ist gut Ist gut, Herr Wendler Du also es gut Wenn Sie hiervon bitte noch einziehen wollen, dann müssen Sie ihn ja ganz schön schicken. Na ja, dann schaffen wir schon. Adi, mach doch Schluss. Es wird doch schon dunkel. Ja, ja, ich komm gleich. Nur noch die Wand hier. Kommt's doch mal schnell im Fernsehen. Die Mauer ist offen. Wie offen. Und unzählige Ostberliner kamen nach Westberlin, was nur für eine kleine Stadtrundfrasse. Der Verkehr in der Innenstadt brach auf diese Weise zusammen. Der Kurfürstendamm wurde eine einzige Partyfläche. So hatte die Regierung sich das mit Sicherheit nicht vorgestellt. Selbst das Brandenburger Tor, Symbol der deutsch-deutschen Wirklichkeit... ...und empfindlichster Punkt der Grenze... Wahnsinn. ...war vor dem Massenansturm auf die Grenze... So ergriffen, ich kann gar nicht mehr reden. Hast du das für möglich gehalten? Keiner. Nee. Das heißt, eigentlich war die Zeit ja reif. Überreif. Ich will nicht sagen, ich jetzt kommen Sie hin, aber... ...gewusst hab ich das schon immer. Dann können wir ja wieder zurück. Wenn Sie wieder dicht machen? Ach was, sowas lässt sich nicht zurückschauen. Ich muss mir mal die Hände waschen. Am Brandenburger Tor gibt es keinen Grenzübergang. Trotzdem durchbrachen die Ostberliner die Absperrungen der DDR-Grenztruppen... ...marschierten durchs Tor hin zur Mauer, kletterten von Ost nach West... ...und gemeinsam mit den Westberlinern von West nach Ost. Sag mal, wie viel hast du denen eigentlich im Laufe der Zeit geliehen? Das ist eine so banale Frage, wer denn so einen historischen Augenblick... ...30.000... ...überrascht worden war die Regierung offenbar insgesamt von dem spontanen Riesenandrang... ...der nach der Bekanntgabe der neuesten Reiseregelung begann... Adi, komm wir fahren rüber. Ich will dabei sein. Was soll ich da drüben sagen? Grüß Gott, Genossen, da bin ich wieder? Nee. Wozu denn? Adi, bitte! Nach Borau will ich für einen Tag. Ich muss morgen in die Schule. Schule, 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 wenn ich das schon höre. Scheiße, Pause, schlafen und schulen. Ich bin ja nicht laut! Schläft niemand. Adi, hol jetzt dein schickes Auto. Und dann düsen wir los. Adi. Maria, kann das sein, du hast etwas getrunken? Nein! Nichts! Ich bin nur ich. Maria, ich finde das ja auch toll, klasse. Aber jetzt bleib mal am Teppich, ja? Es wird Winter und ich muss bis Silvester das Haus fertig haben. Adi, es wird Winter und ich will nach Borau. Ich nehme noch ein Bier von den blauen Haugen hier. Grüß Gott, Frau Reichinger. Hallo, Frau Reichinger. Das ist alles. 3 Mark 36, bitte. So, bitte Frau Wendler. Danke. Frau Reichinger, bitteschön. Frau Franken, frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr. So, geht's gut. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Gutes Neues, noch mal. Grüß euch ja. Tschüss, grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Ja, hervorragende Nacht. Also wirklich schön habt ihr es da. Ganz wunderbar. Ich muss euch aber trotzdem gleich wieder verlassen. Ja, es ist ja gleich zwölf und meine Schwiegerleute warten ja schon. Die sind ja sonst so allein. Also, auf ein gutes neues Jahr. Danke. Alles. Gutes neues Jahr. Prost. Prost. Schön war es bei euch. Und wie ihr das alles so in der kurzen Zeit so gemütlich hergerichtet habt. Hut ab. Wollen Sie wirklich schon? Ja, was wollen wir müssen. Also noch einmal ein gutes neues. Gut, gut ein paar. Ach, Heidi. Wenn man sich so die Rückscher im Fernsehen anschaut, wie das Zeitschneffer geht. Wir können richtig heilen, oder? Ja, natürlich. Ich habe geweint. Alles so im Zeitraffer. Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass alles so schnell gehen würde. Aber soll ich dir was sagen, Rosi? Heulen könnte ich auch jetzt über die Situation informieren. Ja, Adi, da hast du recht, dass so viel Blut fließen muss. Das ist schon furchtbar. Aber wir müssen jetzt auch gehen. Wie, wollt ihr auch schon gehen? Ja, Ludwig. Ja, ja. Der Heimatverein hat eingeladen. Der Ludwig ist doch der zweite Vorsitzende. Ja, ja, das wissen wir ja. Also, Maria, ich wünsche euch von ganzem Herzen ein gesundes Gesetze. Also, Adi, noch einmal. Oh, ja, ich wünsche ich dir auch. Also, ich wünsche dir auch ein erfolgreiches, gutes neues Jahr. Ihr auch ein gesundes neues Jahr draußen. Ja, also, alles Gute wünsche ich euch. Das ist ein guter Rutsch, ja. Guten Rutsch. Drei, zwei, eins. Maria, großes neues Jahr. Das ist ein ganz tolles Jahr. Verlass dich nur auf mich. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Walter. Grüß Gott. Ach, Herr Wendler. Einen Augenblick, bitte. Ich möchte Ihnen einen neuen Schüler anvertrauen. Sie können ihn dann gleich mitnehmen. Guten Tag, Herr Wendler. Ja. Ja, das ist ja eine Überraschung. Tja, Tommy. Tja, wie ich schwöre, kennen Sie sich aus der alten Heimat. Geht doch schon einmal vor. Tja, Adi, jetzt bist du nicht mehr der einzige Gebäude in Altenheim. Sein Vater arbeitet bei Ebenfelder. Vorige Woche sind sie angekommen. Aha. Tja, wird sicher nicht leicht, die schulische Umstellung für den jungen Mann. Nimm dich seine Ahnung, ja? Ja, natürlich, natürlich. Ist doch klar. Tja, ihr meint. Grüß Gott. Herrschaften, ihr stelle euch neue Mitschüler vor. Thomas Gorn. Thomas und ich sind Landsleute. Wir kennen uns schon lange. Nicht wahr, Thomas? Ja, dann setz dich. Kartendienst. Ja, klar. Tja, Tommy. Also, meine Damen und Herren. Nach den Weihnachtsferien, frisch ausgeruht zu neuen Taten. Die Klimazonen unserer guten Mutter Erde. Wer macht uns das Vergnügen? Niemand? Ja, Lissi, bitte. Wie war der Trüben? Klimazonen und Verscheinungen. Naja, wie die auch so sind. Ach, zähl doch Marisch. Feuchte Tropen. Herr Zangenberg, darf ich um Ruhe bieten? Nee, Wüsten und Steppen. Tommy, wo wohnt ihr denn? Äh, Bayreuthstraße. Zu meiner Richtung, komm, ich nehm mich mit. Ach, ich geh zu Fuß. Na komm schon, schnack ein, Tommy. Schnell dich an und machst das Fenster zu. Ja, ja. Gut. Wie ist er denn ausgerechnet in den Atmenheim gelandet? Der Wunderker hat meinem Vater eine Stelle verschafft. Ja, aber Ebenfelder und guck ich was. Sagt mir schon, Dr. Koppelmann. Gute Firma. Kenn ich. Ebenfelder ist ein Freund von mir. Möchtest du? Nein, danke. Wenn du im Unterricht mal nicht gleich mitkommst, dann macht dir mir deswegen keine Sorgen. Machen wir schon. Ich helfe dir, wo ich kann. Naja. Im Rohrer hatten wir ein paar Schwierigkeiten. Aber wenn du es mit Abstand betrachtest, glaub mir, ich konnte auch nicht immer, wie ich wollte. Auch als Lehrer hatte man es nicht leicht. Verhältnisse waren eben nicht so. Sag das deinen Eltern. Und da hinten muss ich raus. Einen schönen Gruß an deine Eltern. Ja. Besucht uns doch mal, vielleicht am Wochenende. Wir müssen doch zusammenhalten, wir. Hurra. Tschüss. Tag, Adi. Tag, Adi. Hatten wir nicht ausgemacht, dass wir im Haus die Schuhe ausziehen? Ja, ja, haben wir. Warum machst du das dann nicht? Sag mal, Maria, dieser Tommi, das war doch eigentlich ein ganz netter Bursche. Tommi? Ja, ja, dieser Schüler da aus meiner Klasse in Bohrau. Ach, der Gorn. Hat der dir geschrieben? Ja, die sind da. In der Bayerweite Straße wohnen sie. Ich muss meinen Herd ausmachen. Erzähl ruhig weiter. Was hätte ich auch damals anders machen sollen? War es denn so was Schlimmes, was du damals über den Tommi noch aufgeschrieben hast? Ich stand doch unter Druck von Siebert. Das hätte keiner damals anders formuliert. Ich mag ihn ja, den Tommi. Jetzt ist er in meiner Klasse. Maria, du weißt ja nicht, was das für mich bedeutet. Die Gorns haben mich in der Hand. Und was willst du nun machen? Abwarten. Das ist so ein Geheuer. Der wagt es auch noch, uns einzuladen. Man kann ihn sich doch mal anhören, wenn's Tommi was nützt. Ich denk doch nicht dran. Morgen, dann bin ich beim Schuldirektor und erzähl ich ihm mal, wen er sich da eingefangen hat. Ich find das nicht fair. Wieso denn? Jetzt noch Rache ist unfair. Ich mein, das ist doch vorbei, oder? So wie der sich in Borau aufgeführt hat, für mich ist das nicht vorbei. Nee. Und wenn der jetzt hier mit dem Bayernhut rumrennt und wahrscheinlich schon mit dem nächsten Parteiavzeichen an der Jacke, dann ist das für mich nicht vorbei. Du hörst, er hat hier Freunde. Willst du dich schon wieder unbeliebt machen? Das ist mir doch egal. Aber mir nicht. Fang bloß nicht wieder so an wie in Borau. Aber. Schlaf doch. Ich kann nicht. Simon. Wir haben die Gorns eingeladen. Und dann werden wir uns aussprechen. Und dann werden wir weitersehen. Brunberg, gut. Brunberg, ist alles gut? Möchtner, Handschrift könnte besser werden. Sehr schön, Kommi. Bin sehr zufrieden mit dir. Tja, der Herr Zangenberg. Alter Freund. Was du hier mal wieder abgeliefert hast, das hat keine Substanz. Das Thema lautete, der Regenwald als Vegetationstyp der Tropen. Das lautete nicht, warum die Großindustrie aus gewinnsüchtigen Gründen die brasilianischen Wälder abholst. Das abschweifendes Gefasel. Am Thema vorbei. Knappe fünf. Hey, mach dir nichts draus. So, und zu seiner Ort. Legislative, Exekutive, Judikative. Bundestag, Bundespräsident, Bundesverfassung und, und, und. Und die Basis unserer freiheitlichen Grundordnung ist der Bürger, der Wähler, die Vielfalt der Parteien. Ja. Hat er bei euch vor der Haus Sozialkunde gegeben? Legislative, Bundesrat, Exekutive, Ja, aber bei uns ist es damals Staatsbürgerkunde. So, so. Judikative. Tommi. Na, hast du inzwischen meine Grüße deinen Eltern übermittelt? Ja, ja. Und? Am Wochenende geht es nicht. Oder am nächsten Wochenende. Auch nicht. Schade. Na, ja. Wie ihr meint. Schön, Alphons. Eine wirklich schöne Firma ist der. Wunderbar. Und so sauber wie der Zahnarzt-Praxis ist. Du wirst mal sehen sollen, wie bei uns früher gearbeitet wurde. Junge, 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 Junge. Das glaube ich, ja. Übrigens, Alphons, ist das da hinten nicht der Gorn? Wer ist denn das mal von mir? Ja, ja, ich weiß schon. Der stammt aus dem gleichen Nest wie du. Der Ronacker, alter Kollege von ihm, hat mir empfohlen. Dach, Herr Ebenfeld. Dach, Herr Gorn. Schöne Arbeit haben Sie da. Ja. Guten Mann hast du dir da eingekauft, Alphons? Ja, in meiner Brei ich weiß, wir haben gute Leute wie Fußballspiele gekauft. Da lässt sich nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen. Den hätt's mal bei uns in der Gewerkschaft erleben sollen. Tja, Alphons, ich hab dir hier die Noten mitgebracht. Oh, ich messe dich. Sehr schön. Herr Althman, bis Sonntagabend, ne? Bis Sonntag. Servus. Servus. Tag, Halla. Grüß dich. Der Wendler war halt bei uns. Wie eine Ratte im Lohnmantel hat er mich angesehen. Wendler will mich fertig machen. Wie kommt denn der überhaupt in euren Betrieb? Das ist es ja. Der Ebenfelder scheint ein Freund von ihm zu sein. Komm erst mal rauf. Ich sage dir, der hat Angst vor mir. Wir sind doch hier die einzigen, die er von früher kennt. Der weiß ganz genau, was wir über ihn wissen. Und das ist der springende Punkt. Herr Wien, jetzt überleg doch erst mal ganz genau, was er gegen dich erreichen kann. Weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, er hat Angst vor mir. Er hat gezittert, als er mich angesehen hat. Und Menschen, die Angst haben, sind gefährlich. Er Wien, mach nicht wieder was Unüberlegtes. Eine Ausreiseantrag stellen, war doch was Unüberlegtes? Siehst du, wie das alles bei uns ausgegangen ist? War eben darum. Mach gar nichts. Lass ihn nur spüren, dass du am längeren Hebel sitzt. Er ist ein Kind, Download, ein Partner, an einen Beziehung des einzige zusammengere uh in die Menschen, ああ, Deine Du hast mich, Jesus, du hast mich, Jesus, mein Gehreit, Und deine Tod war über mir. Und deine Tod war über mir. Und deine Tod war über mir. Na gut, dann kann ich mir die zwei Sachen abholen. Ich komme dann gleich nach Hause. Ach Herr Gorn, schön, dass Sie uns endlich mal sehen. Herr Wendler, wir wollen es kurz machen. Lassen Sie uns in Ruhe, dann lassen wir Sie in Ruhe. Mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Herr Gorn, so begreifen Sie doch, es ist damals ein Bohrrauch. Machen Sie das mit sich selber ab. Aber lassen Sie uns in Ruhe, weiter will ich nichts. Maria, ich hab den Gorn getroffen. Ach ja? Habt ihr euch ausgesprochen? Ja, er war stieselig wie immer. Aber letzten Endes will er auch nur seine Ruhe haben. Weißt du, Bohrrau war Bohrrau und gestern war gestern. Ich glaube, das hat er begriffen. Na? Was gibt's noch was Schönes? Semmelknödel. In Bayern sagt man Semmelknödeln. In der Mittenende und am Schlussendenende. Aber das ist doch falsch. Ja, aber man sagt es so. Zumal hier. Heute Nachmittag will ich das Treppenhaus tapizieren. Was lässt du lieber? Ich will keinen Ärger mit dir. Ich denke, ihr hattet drüben Zoff. Na und? Ist nicht deine Sache. Oder habt ihr ein Abkommen, der eine tut dem anderen nix. Jetzt hör aber auf. Lass uns übergehen. Ein eintöniges, etwas schumsinnig, aber doch gemütlich klingendes Freudengeschrei macht uns im Frühling auf diesen eigenartigen Vogel aufmerksam, dessen Gefieder der Baumrinde nachgearbeitet ist. Mit seiner erstaunlich langen, klebrigen, ungemein beweglichen Zunge stöbert der Wendehals in dem Ameisenhaufen herum und zieht die hängen gebliebenen Kärfer rasch in seinen Schnabel. Grüß Gott. Grüß Gott. Will ein ungewömer Einbringling ins Halbdunkel seiner Brothöhle, so verdreht der Wendehals im absonderlichen Graukelspiel seinen langen beweglichen Hals zu schlangenartigen Windungen. Dabei lässt er seine natteartige Zunge spielen, was so manchen erschrocken zurückfahren lässt. Was geht dir vor? Eine rein ornithologische Angelegenheit, Herr Studienrat, der Deutsche Wald und seine Vögel. Stammt das von dir? Nee, Tommy war dagegen. Das stammt von mir. Herr Wendler, kommen Sie bitte mal zu mir. H êtes mir gut anstraten dir? Ok. Vielen Dank. Ja, ich muss noch in den Heimatverein. Vorstandswahlen. Was treibt dich zu mir? Es muss da noch was geklärt werden. Willst du was trinken, Ludwig? Nein, danke. Ach. Gewisse Gerüchte. Ach so. Du meinst ja wahrscheinlich die Sachen mit der Schülerzeitung am Johanneum, weißt du, Ludwig. Weißt du, wie die Schüler heutzutage sind? Nein, das meine ich nicht. Ich habe mir da zwei Fragen notiert. Die möchte ich gern beantwortet wissen. Damit das Ganze vom Tisch ist. Und wenn es nicht stimmt, dann fliegt der Zangenberg von der Schule. Und für mich ist die Sache erledigt. Tja. Und? Frage 1. Bist du Kommunist? Die Frage stammt nicht nur von mir, sondern auch von meinem Bürgermeister. Ludwig. Frage 2. Bist du bei der Partei gewesen? Ich meine, brauchst du es nicht sagen, kannst du es sagen. Bei uns, ich meine, weiß jeder, bei welcher Partei ich bin. Nee, bei euch ist alles anders. Red nicht drum. Was ist oder was ist nicht? Die Wahrheit, bitte. Ja. Ich war. Warum habt ihr mir das nicht gleich gesagt? Da hätten wir jetzt überhaupt keine Probleme. Ich meine, man weiß ja, da drüben sind fast alle bei der Partei gewesen. Man weiß ja, dass ihr alle gezwungen worden seid. Aber hier ist es anders. Und hier habt ihr uns belogen. Sie habt's Attenheim belogen, ihr habt's mich belogen. Und das geht nicht. Da bin ich ja unten durch. Bin ja ich unten durch. Meine, ein Kommunist in einem Kirchenchor. Ja, das bricht mir das Knick. Ja, mach doch nicht so ein Drama, Ludwig. Du kennst doch meine innere Überzeugung. Innere Überzeugung. Bei der Eglion hast du angegeben, katholisch. Das sind Fakten. Das sind Fakten, Adi. Wann warst du überhaupt das letzte Mal bei der Beichte, hä? Ja. So kommen wir nicht zusammen, Adi. So nicht. Der versteht uns nicht. Also, deinetwegen tut's mir ja besonders leid, Maria. Ich meine, die beim Fremdenverkehrsbüro, die mögen dich auch alle. Das hab ich richtig gespürt. Und ich mag ja auch deine Anständigkeit. Soll ich noch mal mit dem Bürgermeister reden? Ich meine, ich kann ihm ja noch mal die ganzen Umstände erklären. Weißt du, was das so ist? Du bist mir noch 30.000 Mark schuldig. Die möcht ich wiederhaben. Und zwar schleunigst. Sonst muss ich dem Direktor von der Sparkasse sagen, er soll mir dein Haus überschreiben. Unser Haus? Ja. Ich hab euch gesagt, von Anfang an, hier im Westen kann man alles. Ich will nicht lügen. Da sind wir. Sensibel mit dem Mimosen. Schönen Abend noch. Scheiße, diese Bayern, ne? Schönen Abend noch. Na bitte. Bitte aufwärts. Endlich machen Sie die Straße. Wäre aber Zeit. Was ist denn hier los? Maria, guck mal. Das darf doch nicht wahr sein. Ach doch, da muss ich was unternehmen. Komm. Mach das allein. Wieso denn? Ich kann das nicht. Und ich will's auch nicht. Ich halte es nicht aus. Was hältst du nicht mehr aus? Dich. Ach, du machst doch kein Theater. Komm. Sag bloß, der will zu uns. Hallo. Wer? Der da. Der Wessi. Der Bayer. Grüß Gott. Mein Name ist Wendler. Ich bin der Besitzer dieses Hauses. Ich bin der Besitzer dieses Hauses. Hallo. Musik 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.